Innit – weltweit führende Anbieter von integrierten Telematik, Planungs-, Dispositions- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand E2 und informieren Sie sich unter anderem über die neueste Generation unseres PC-basierten Bordrechners mit integriertem Fahrscheindrucker sowie das neue, kompakte Fahrgast-Terminal, das speziell für Open Payment und elektronisches Ticketing in Bussen, Straßenbahnen, S-Bahnen sowie am Bahnsteig entwickelt wurde. Bereits auf der Fahrt zur IT-Trans erleben Sie unsere Technologie im Einsatz. In den Shuttle-Bussen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe erhalten Sie einen interessanten Einblick in die aktuellen Möglichkeiten von Fahrgastinformation und Fahrgast-TV. Location-Based Advertising sind die Werbeeinnahmen der Zukunft. Getriggert, ausgelöst durch den Bordrechner kann Werbung angezeigt werden, bevor der Bus am werbenden Unternehmen hält. Regionale News als Bewegtbild bieten den Fahrgästen Information und Unterhaltung. Mit einem aktuellen Infotainment-Programm gefühlt schneller ans Ziel. Breaking News. Wissen, was passiert. Ein News-Ticker bietet jederzeit die Möglichkeit, zusätzliche Informationen einzuspielen. Egal ob Verkehrsstörungen im Liniennetz oder regionale und globale Nachrichten. Weitere Informationen erhalten Sie an unserem Messestand E2 auf der IT-Trans. und nunca im Bewegtbild bietet Shallow In rebuilt claim ips Gas